Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zum zweiten Tag unserer ersten Plenarsitzung und heiße Sie dazu alle herzlich willkommen. Wir steigen auch gleich wieder in die Tagesordnung ein, kommen zu Tagesordnungspunkt 10, Vorstellen der neuen Regierung. Die Ministerpräsidentin hat mir mit Schreiben vom 25. April mitgeteilt, dessen Inhalt ich Ihnen nun vortrage. Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, nachdem der Landtag des Saarlandes mich mit der verfassungsmäßigen Mehrheit zur Ministerpräsidentin gewählt hat, beehre ich mich, Ihnen nachstehende Mitglieder der neu zu bildenden Regierung zu benennen. Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie, Herr Jürgen Barke, Minister der Finanzen und für Wissenschaft, Jakob Freiherr von Weizsäcker, Minister für Inneres, Bauen und Sport, Herr Reinhold Joost, Minister für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit, Herr Magnus Jung, Ministerin für Bildung und Kultur, Frau Christine Streichert-Cliveau, Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität, Agrar- und Verbraucherschutz, Frau Petra Berg, Ministerin der Justiz, Frau Petra Berg. Vielen Dank. Den Geschäftsbereich Europa leite ich selbst. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Dies ist nicht der Fall. Vielen Dank.